So ihr Lieben, dann mal wieder hallo zusammen, der Lampe hier. Ich hoffe, man versteht mich, denn es ist ein Megasturm hier draußen. Aber ich habe meinen Copter mit, ich bin bei meinen Schwiegerleuten und vielleicht sieht man es da hinten. Da ist die Wachsenburg, da würde ich jetzt mal versuchen hinzufliegen. Also drückt mir die Daumen, dass es klappt. Bis gleich im Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.